Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich hier Building Gadgets. Damit könnt ihr super schnell Flächen austauschen. So, jetzt ist ja überall Diorit. So, da kommt ein Haus hin, da kommt ein Haus hin, da kommt ein Haus hin. Und ihr seht schon, mit dem Destruction Gadget könnt ihr relativ schnell Flächen angleichen. Unglaublich schnell Flächen füllen. Du siehst schon, ein Item, mit dem du echt krasse Sachen machen kannst. Und was man damit noch machen kann, zeige ich dir mal jetzt. Los geht's. Und ihr wisst ja, ich wollte jetzt hier auf dieser Insel so eine Art Labor aufbauen, wo wir dann quasi so eine Art Mod-Testkammer haben, nebenan das Moddorf. Der Bürgermeister weiß ja auch schon Bescheid. Und da würde ich sagen, habe ich mir das richtige Tool ausgesucht. Einmal, um ein bisschen platt zu machen, aufzubauen und Sachen zu kopieren. So, aber erst mal in die Stadt rein. Moin. Hallo, wie geht's Ihnen? Wie sollen wir dich eigentlich nennen? Wir brauchen ja für jeden hier einen Namen. Schreib mal einen Namen rein für den Golem. Das wäre cool. Wie möchtest du heißen? Der will ich gar nicht heißen. Okay. Gut. Wir gucken uns jetzt mal die Building Gadgets an. Wir haben einmal das Copy & Paste Gadget, Building Gadget, Exchanging Gadget und Destruction Gadget. Fangen wir an mit dem Destruction Gadget. Kann man quasi einstellen, Shift-Rechts-Klicke in die Luft. Was es kaputt machen soll. Ich würde sagen, nach oben vielleicht fünf Blöcke. Sagen wir sieben. Nach rechts fünf. Und nach links fünf. Wenn man dann Confirm macht. Und ihr seht schon, er markiert schon, was er löscht. Warte. Nach oben vielleicht mal sechs. Oh ja, das ist immer nicht schlecht. Kann man sagen, dem Dorfbewohner, du müsstest jetzt vielleicht mal umziehen. Okay, warte. Machen wir sofort. Machen wir sofort. Wir legen vorher noch ein Template an von dem Haus. So, dafür ist das Copy & Paste Gadget. Wir nehmen jetzt einfach mal hier unten das. So, wir nehmen das hier unten. So, ja, gut. Jetzt müssen wir quasi oben drüber noch einen Block nehmen. Mal angenommen, wir nehmen jetzt bis hier. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Haus in unserem Template drin. Dafür gibt es noch den Template Manager. Dann können wir sagen, pass auf, hier ist ein Template. Da ist das Copy & Paste Gadget. Und wir speichern jetzt unser Haus. Wir nennen es jetzt mal Haus. Jetzt heißt es Haus. Ich habe Copy & Paste-tet. So, Template ist am Start. Da ist auch noch ein Haus drauf. So, jetzt könnte man das Häuser eigentlich löschen. Mit dem Destruction Gadget. Mach's gut, Haus. Oh, da sind ja noch Sachen drin. Oh. Und ihr seht schon, mit dem Destruction Gadget könnt ihr relativ schnell Flächen angleichen. Was echt cool ist. Das ist echt ein Item, was super krass ist. Achtet mal drauf. Ich habe gleich die ganze Insel hier glatt. Oh Mist, jetzt habe ich die Bäume getroffen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das Problem ist bei dem Item, wenn ihr gerade auf den Block guckt, alles cool. Wenn ihr aber nach unten auf den Block guckt, dann nicht so cool, weil der dann nach unten alles abbaut. Aber wirklich alles. Wie schnell kommen wir denn damit runter zum Bedrock? Das ist sogar langsamer als das andere Tool. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mist, aber Lava. Oh, da kommt Lava runter. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Loch relativ schnell gemacht. Da waren die aus. Hammer. Machen wir gleich wieder zu. Wir haben ja noch die anderen Gadgets. Ne, darf man nicht vergessen. Pass auf, hier nochmal. Zack. Löschen wir mal einfach die Bäume hier. Umso mehr Licht haben wir hier an der Stelle. Wir brauchen ja noch Platz fürs Labor. Dürfen wir nicht vergessen. Wir wollen ja hier keine Tests machen. Wir wollen einfach nur Sachen ausprobieren. Wir wollen neben den Dorfbewohnern leben. So, guck mal. Schön, oder? Jetzt ist natürlich eins nicht schön. Auf dem Boden gibt es jetzt den Stein. Jetzt würde ich ganz gerne mal was austauschen. Und dazu gibt es das. Exchanging Gadget. Das ist eigentlich richtig gut, wenn man quasi Blöcke austauschen möchte. Shift-Rechst-Klick auf den Block, den ihr haben wollt. Ihr müsst dann natürlich nicht, also wenn ihr nicht im Kreativ sein müsst, dann müsst ihr die Blöcke natürlich im Inventar haben. Sonst funktioniert es leider nicht. Und wenn ihr G drückt, könnt ihr das Ganze auch noch einstellen. Je nachdem, wie groß ihr das haben wollt. Also G gedrückt halten. Macht ihr mal eine Range von 15. Und wenn ihr jetzt hier so drückt, dann wird hier alles zu Gras. Eigentlich voll gut. So, und schon haben wir überall Gras. Kann sein, dass hier voll viele Biome sind. Ich glaube nämlich, dass hier das Deep Foresty-Biome ist. Und da wieder ein normales. Was ist das denn? Und ich merke gerade, wir haben echt eine hohe Range. Oh, guck mal. Hammer. Jetzt ist mein Strand weg. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Irgendwie fand ich den Strand gut. Aber wir haben eine relativ große Baufläche mal eben angeklickt. Oder guck mal hier. Boah. Ja, dauert halt immer eine Sekunde, aber dann ist gut. Ich glaube, das brauche ich für Time. Oh ja, für Time. Damit könnt ihr super schnell Flächen austauschen. So, jetzt ist er überall Diorit. Aber so ein Loch mag ja keiner. Deswegen machen wir das auch wieder genauso schnell zu, wie wir das aufgemacht haben, glaube ich. Denn es gibt nämlich noch nicht nur das Destruction Gadget, womit man Löcher machen kann. Sondern auch das Building Gadget, womit man wieder was bauen kann. Und das ist hier besonders gut. Achtung. Building Gadget ist jetzt gerade noch auf Erde. Kann man natürlich auch wieder mit Schiffs rechtlich ändern. Und jetzt kann man quasi Steine dahin bauen. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Menü. Und dann können wir nochmal ein bisschen was ändern. Denn man kann einen stellen auf einen vertikalen Turm. Dann einen horizontalen. Dann könnte man einen Boden machen. Also einen Deckel, wenn man möchte. Oder eine Wand. Oder man kann einfach sagen, bau bis zu mir hin. Also je nachdem, wo ihr dann steht, baut der schon relativ weit. Wenn man Surface anklickt, wird halt die Fläche, die ihr quasi anklickt, bebaut. Und zwar in der Range, die ihr vorher eingestellt habt. Damit kann man das noch relativ schnell wieder zumachen. Wir fangen mal unten an. Achtung. Ist jetzt nicht so schnell, muss ich sagen. Oder kann ich öfter drücken. Geht das? Oh ja, geht sogar. Okay, ist doch schnell. Perfekt. Können wir einfach alles wieder zubauen. Wie cool ist das denn? Dann da nochmal zweimal. Oh Mist, da ist eine lange Lücke drin. Aber ist egal. Machen wir so einfach. Zu. Und dann zu. Zu. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gras. Zack. Und somit ist der Deckel geschlossen. Oh, fertig. So, das ist doch schon mal schön. Hier ist eine ordentliche Fläche fürs Labor. Das Loch ist auch wieder zu. Das ging jetzt echt schneller als gedacht. Und hier oben der Kollege, der ja hier gewohnt hat, der kann jetzt woanders wohnen. Denn wir haben mal das Template kopiert. Und wir können jetzt hergehen und sagen, pass mal auf, du wohnst jetzt hier. Da hatten wir ja gerade das Copy and Paste Gadget. Da hinten ist das noch markiert, was ich quasi kopiert hatte. Und wenn man jetzt hier auch wieder G drückt, G gedrückt hält, kann man Paste drücken. Und dann kann man hergehen und das Haus da drauf bauen. Allerdings muss ich es, glaube ich, noch rotaten, oder? Wo soll denn die Tür hin? Komm, Tür bitte nach vorne. Einmal noch rotaten, bitte. Komm, nochmal rotaten. Ah, guck mal, da ist die Tür. Das ist jetzt aber ein bisschen hoch, ne? Ah ja, hier, guck mal. Einmal Gras weg, dann machen wir das hier hin. Könnt ihr sogar Anker machen. Dann bleibt das da und ihr könnt euch angucken, ob das so passt an der Stelle. Und wenn er sagt, jo, oder ihr sagt, oh, ist ja doch noch ein bisschen hoch, können das doch versetzen. Oder ihr macht das einfach hin. Ich mache hier auch nochmal den Anker weg, weil ich das einmal wegmache und das dann da reinballer. Pass auf. Oh, da ist das Haus. Das ging ja rucki zucki. Okay, Treppen und so sind leider nicht richtig gedreht. Aber ich sage mal so, wenn man ein ganzes Haus versetzt, dann sind Treppen und Türen jetzt vielleicht nicht so schlimm. Und cool, wir haben jetzt einen Hocker. Hammer. Und die Fackeln sehen auch noch gut aus. Okay, wenn das Dach natürlich so aussieht, ist es natürlich ein bisschen doof. Kurze Frage. Jungs, können da bitte das damit einmal tauschen? Warum hat das Gadget das so gemacht? Aber sieht irgendwie cool aus, oder? Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das Haus? Ich baue noch eine Tür. Fertig. Sag mal so, dazu oder dafür, dass das jetzt nicht sonderlich dicht ist, das Dach. Sieht aber trotzdem von vorne ganz cool aus. So ein kleines Wikingerhäuschen. Ja, ihr habt jetzt den Wikinger-Nachbarn. Wir brauchen Namen für die Dorfbewohner. Wo sind die überhaupt? Hast du die Dorfbewohner gesehen? Warum gehen denn alle Tiere immer weg, wenn ich mit denen rede? So, wir hatten das Copy-and-Paste-Gadget. Damit haben wir das Haus von hier oben nach da kopiert. Natürlich mit den komischen Stufen da oben drauf, aber es funktioniert. Dann hatten wir das Building-Gadget. Damit haben wir das Loch da hinten zugemacht. Exchanging-Gadget. Damit haben wir das Gras auf dem Boden ausgetauscht. Richtig gut. Dann gab es noch das Destruction-Gadget. Damit haben wir das Riesenloch gemacht und das große Haus da weggemacht. Und wir würden damit jetzt vielleicht noch gerne was machen. Vielleicht machen wir noch ein paar andere Sachen weg. Ah, das war schon ordentlich. Oh, guck mal, das wäre ein Schwein. Hi. Oh, der hat sogar geantwortet. Perfekt einfach. Ja, okay, das geht schon mal. Können wir auch höher machen. Komm, noch mal ein bisschen höher so. 16x16, das wäre ja riesig. Damit können wir ja alles, damit können wir die ganze Welt löschen. Aha. Man darf nur maximal 16x16x16 haben. Also einen Schank kann man löschen. Oh Mann. Oh, das arme Schaf ist runtergefallen. Oh nein, die geheime Höhle. Jetzt habe ich die ganze Insel kaputt gemacht. Oh nein, ich kann nicht mehr aufhören. Was soll ich denn jetzt tun? Die geheime Höhle ist jetzt auch weg. Wir machen die ganze Insel platt. Platt ist auch gut, oder? Guck mal. Zack. Boah, das ist aber echt krass, ne? Also da müsst ihr echt aufpassen. Ihr könnt damit einfach euer ganzes Gebaute zerstellen. Überlegt mal. Ihr geht her und klickt einmal falsch. Falsch eingestellt und alles ist weg. Da muss nur mein Kollege von euch das Building Tool nehmen. Umstellen und bei euch wieder in der Kiste legen. Und wenn ihr das einfach mal benutzt, ohne zu gucken, dann sieht es natürlich nicht zu gut aus. Sieht jetzt natürlich blöd aus, weil hier noch keine Wiese ist, ne? Das ist das Problem halt. Deswegen nehmen wir Exchange-Gadget. So, sieht es doch schon viel, viel besser aus hier, oder? Der Wahnsinn. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz für ein richtig schönes Labor. So, okay, sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Flatworld hier an der Stelle. Hier fliegt noch ein Bett in der Luft. Da ist unser Iron Golem. Geht's ihm überhaupt noch gut? Es tut mir echt leid, dass ich dich, dass du gerade runtergefallen bist. Aber wir können ja mal da drüber... Okay, dann nicht. So, da kommt ein Haus hin. Da kommt ein Haus hin. Da kommt ein Haus hin. Da kommt noch ein Haus hin. Und da kommt ein Haus hin. Boah, das ist echt das schönste Dorf, was ich jemals gesehen habe. So eine Reihe Einfamilienhäuser. Sehr, sehr cool. Aber gut, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt in die Kommentare rein, was auf dieser Insel noch fehlt und vor allen Dingen, was im Labor zuerst reinkommen soll. Der Eingangsbereich oder eine Küche? Also, schreibt ganz gerne rein in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und probiert dieses unglaubliche Super Gadget aus. Super Gadget. Super Gadget. Tschüss.